Achso, und hier ist eine Skelett-Kruft mit Lykan-Tropen, die auch noch aggressiv sind, hm. Hm. Oh, und ich habe einen Reiter verloren, den gleich aber zum Glück ersetzen. Okay. 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 Die Wolfsgrube vernichten. Okay. 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 Wir kümmern uns erst einmal hier um die Walks und die Wölfe. Okay. 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 Da oben ist ein Naturaltar, den sollten wir auf jeden Fall uns holen. Okay. 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 Wer werden wir kämpfen, oder was? Meine Träume sind unter Attacken! Erwärts deine Orte. Es gibt keine Misser. Wir werden diese Stadt raushalten? Wir werden die Träume sharen. Na, das mit der Wolfsgrube erledigt sich gleich von selber Agral Ach, die Oga-Hütte auch noch Noch ein großes Warhol-Klager vernichten Dummdi-Dum, Goldstücke Wir kommen auch immer näher an den nächsten Level ab Ob ich da noch mal einen Punkt in magische Fähigkeiten geben soll für einen vierten Quicksauber Oh, hi Und? At last At last Are we going to raid this village? Our arrows will hit your targets Awaiting your orders Are we going to fight or what? So, dann machen wir erstmal das Bärenlager da hinten platt Und ja, dann muss ich Wahrscheinlich ist hier das Brigantenlager Ne, hier ist gar nichts Wahrscheinlich wird hier ein Heerlager nachher entstehen Äh, wo könnten die Briganten dann wohnen? Mal gucken Wird's soweit ist Und 100 Nahrung Und hey, die Mühle steht auch wieder So Are we going to fight or what? Die Warrogrube sollen wir vernichten? Achso, hier ist nur ein Bärenlager Okay Die Ogerhütte Are we going to fight or what? Are we going to fight or what? Noch eine Wissensschrift Noch eine Wissensschriftrolle Und Ihr habt keine neuen Sachen für uns Ihr auch nicht Gut Meat 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 Williams Oh Warrogrube will hit your target we are coming we changing location let's find a better place to shoot from wissensschriftrolle nahrung nahrung holz steine wissensschrift rolle die jungs mit der nahrung das ist das nächste ist der naturschrein und hier ist auch ein verzauberter heim daneben was etwas interessanter machen könnte und wir haben unsere erfahrungspunkte die wir brauchen so diese schule könnten wir meister werden aber wie gesagt ich gehe einmal magische kräfte noch für einen vierten schnell zauber slot archerie is our calling at last So, die Achse stärker als der Naturbaum. So, die Achse stärken. So, die Achse stärken. So, jetzt können wir hier unseren Geist beschwören. So, die Achse stärken. 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 So, bevor du Skelette beschwören kannst, klopp mal dich um. So, als nächstes die Sumpfkuft, dann die Skelettkuft und dann sind wir... Oh, hier ist ja noch was. Oh, hier ist ja noch was. Die Grabstätte, okay. Die Grabstätte hier und hier ist auch noch was. Ach ja, und das Ding von den Sch... Oh, hier ist noch jede Menge, okay. Oh, hier ist ja... 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 Oh, hier ist ja...